Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, jetzt haben wir es doch geschafft. Ich glaube, wir sind die einzigen, die dort unten am vierten Parkplatz gefunden haben, weil hier oben war alles voll. Es ist alles knallvoll. Es ist unglaublich. Ich hätte mir nicht gedacht, dass so viel los ist, aber was soll's. Traumhaftes Wetter, wunderschöne Landschaft, gar keine Frage. Und ja, zehn Minuten zu spät oder schon mehr. Leider zu spät. Ich war zwar pünktlich unten, aber kann man nichts machen. Ende.